In der Quantenphysik hat sich herausgestellt, dass es in vielen Experimenten Sinn macht, das Licht nicht als Welle, sondern als ein Strom ganz vieler Teilchen zu betrachten. So ein Lichtteilchen wird Photon genannt. Die Energie eines Photons wird durch die Lichtfrequenz bestimmt. Wenn wir das Licht wellenartig betrachten, dann sagt die Frequenz aus, wie oft die Lichtwelle pro Sekunde schwingt. Die Einheit der Frequenz ist 1 pro Sekunde oder etwas kompakter, Hertz. Eine wichtige Erkenntnis der Quantenmechanik war, dass die Energie eines Photons mit dem sogenannten Wirkungsquantums H verbunden ist, mit einer der wichtigsten Konstanten der Physik. Sie hat immer den gleichen Wert, 6,6 mal 10 hoch minus 34 Joulesekunden. Wie du siehst, ist diese Naturkonstante unglaublich klein und hat die Einheit Joule mal Sekunde. Dabei ist Joule die Einheit der Energie. Mithilfe des Wirkungsquantums H und der Lichtfrequenz F hat Max Planck die Energie Wp eines Photons postuliert. Energie eines Photons ist gleich Wirkungsquantum mal Lichtfrequenz. Daraus können wir Schlussfolgern. Je größer die Lichtfrequenz, desto größer ist die Photonenenergie. Wir erwarten also, dass sichtbares Licht weniger Energie hat als beispielsweise Röntgenstrahlung. Die Formel für Photonenenergie sagt uns nur, wie groß die Energie eines einzigen Photons ist. Wenn wir wissen wollen, wie groß die Energie ganz vieler Photonen ist, müssen wir natürlich ihre Anzahl n bestimmen und mit der Energie eines einzelnen Photons multiplizieren. Die Energie von n Photonen ist gleich n mal h mal f. Manchmal kennen wir statt der Lichtfrequenz die dazugehörige Wellenlänge, Lambda. Im Fall von Licht ist es egal, welche der beiden Größen wir kennen. Sobald wir die Frequenz kennen, können wir daraus die Wellenlänge bestimmen und andersherum. Die beiden Größen sind durch die Lichtgeschwindigkeit c miteinander verknüpft. c ist gleich f mal Lambda. Diese Formel wird als Dispersionsrelation des Lichts bezeichnet. Die Wellenlänge ist der Abstand zweier Wellenberge der Lichtwelle im Wellenmodell des Lichts. Und die Einheit der Wellenlänge ist Meter. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Naturkonstante und hat den Wert 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Machen wir ein kleines Beispiel, wie man die beiden Größen ineinander umwandelt. Aus der Bedienungsanleitung des Laserpointers hast du abgelesen, dass das Licht, welches der Laserpointer aussendet, eine Wellenlänge von 500 Nanometer hat. Nano steht für 10 hoch minus 9. Stellen wir die Dispersionsrelation nach der Frequenz um. f ist gleich c durch Lambda. Setzen wir die Lichtgeschwindigkeit und die Wellenlänge ein und bekommen die Frequenz dieses Lichts. 6 mal 10 hoch 14 Hertz. Wir können übrigens auch die Photonenergie Wp mit der Wellenlänge ausdrücken. Dazu ersetzen wir f mit c durch Lambda. Wir können schlussfolgern, je größer die Wellenlänge des Lichts, desto kleiner ist die Energie des Photons. Die Photonen des sichtbaren Lichts haben eine Farbe, die wir wahrnehmen können. Wenn du so etwas hörst wie Wellenlänge des grünen Lichts, dann bezieht sich das Grün auf eine bestimmte Lichtwellenlänge. Je nach Wellenlänge nimmst du das Licht in einer anderen Farbe wahr. Gelbes Licht im Bereich 575 Nanometer. Grünes Licht im Bereich 545 Nanometer. Blaues Licht bei ungefähr 435 Nanometer. Violettes Licht bei 400 Nanometer. Und ab ungefähr 365 Nanometer fängt das UV-Licht an, welches wir nicht mit bloßem Auge sehen können. Machen wir ein kleines Beispiel, wie wir die Photonenergie berechnen. Wir wollen die Energie eines Photons von gelbem Licht berechnen. Dazu setzen wir 575 mal 10 hoch minus 9 Meter in die Planck-Formel ein. Wenn wir noch den Wert des Wirkungsquantums und der Lichtgeschwindigkeit einsetzen, bekommen wir eine Photonenergie von 3,4 mal 10 hoch minus 19 Joule.